Der türkische Präsident sprach heute auf der Technofest Luftfahrtmesse in Adana, Istanbul und erwähnte auch die regionale Politik und die schweren Konflikte in Gaza und Libanon. Recep Tayyip Erdogan beschuldigte Israel, absichtliche Provokationen gegen das Erreichen von Frieden in der Region zu unternehmen und erklärte, dass es seine Aktionen eskaliert, wann immer Frieden oder ein Waffenstillstand möglich erscheinen, um das Leiden in der Region zu vertiefen. Erdogan sagte, immer wenn es scheint, dass wir einem Waffenstillstand oder Frieden in der Region näher kommen, eskalieren israelische Beamte die Provokationen, um diese geografische Region in Trauer zu stürzen. Ein niederträchtiger Plan scheint in Bewegung gesetzt worden zu sein. Ein Plan, der sich nicht nur auf Gaza, das Westjordanland oder den Libanon beschränkt. Es ist nicht schwer, das endgültige Ziel Israels zu erkennen. In Bezug auf die Luftangriffe verurteilte Erdogan Israel für die Morde und nannte es den Staat des Wahnsinns, ebenso wie den Westen für seine Unterstützung, und sagte, es ist tragisch, dass der Westen weiterhin dieses Netzwerk von Massakern unterstützt. Erdogan erklärte, dass Israel Hamas als Vorwand genutzt hat, um Gaza zu besetzen, so wie es jetzt Hezbollah als Vorwand nutzt, um den Libanon zu besetzen. Er fügte hinzu, dass die Waffenlieferungen an Israel dasselbe sind, als sie selbst zu benutzen. Jeder Tropfen Blut, der vergossen wird, liegt in den Händen derjenigen, die Waffen oder Bomben an die abgeben, die sie loslassen. Er sagte, dass die Türkei die Zerschlagung der Region nicht zulassen wird, da es scheint, dass dies das Ziel Israels ist. Ich habe die Türkei die Zerschlagung derいやanten Sauberstelle, danken Sie mehr, was ich in der Nähe der Türkei die Zerschlagung der Stadion, bis zum Beispiel einer derjudangete, beobachten Sie nicht mehr, wie sie die Zerschlagung der Region nicht zulassen. Vielen Dank.